Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder was Proteinmäßiges für euch. Und zwar bei Aldi gibt es jetzt die Protein-Mousse in der Sorte Schoko und Vanille. Doch nicht nur das, auch auf euren Wunsch. Und weil es neues Proteinriegel von Aldi in zwei 50%-Versionen und 30%-Versionen, die haben gekostet jeweils 1,19 Euro, wenn ich mich nicht irre, die hier jeweils 95 Cent. Und wir blicken einmal direkt drauf auf die Zutaten und was da sonst auch so drinsteckt. Schwupps und der ist hier irgendwo. Also, Klassiker natürlich, Vanille, Schoko, Mainstream überhaupt. Und in Deutschland sicherlich die beliebtesten Geschmäcker, von daher findet man das da immer. Wir haben eine Protein-Mousse mit Vanille, Geschmack und Süßungsmitteln. Gibt es auch bei Nord und Süd. Milsani ist ja dann die vereinnahmte Marke. Ich glaube, das ist die, die, so hieß es bei Nord, ich weiß gar nicht, wie die Milchmarke früher bei Aldi Süd hieß. Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Das war jedenfalls Getränk und die harmonisieren das ja jetzt immer mehr. Die Zutaten sind entrahmte Milch, Milcheiweiße zugesetzt, was dann eben dafür sorgt, dass wir hier auch auf 10 Gramm kommen. Aber da ist noch mehr leider drin, aber auch verständlich. Sahne und die Gelatine für die Stabilität. Man kann es auch mit vielen anderen Produkten machen. Ich hatte auch schon mal vegane Mousse für euch getestet. Aber Gelatine ist leider immer noch hauptsächlich benutzt, um ja solche Produkte herzustellen. Natürlich ist Aroma drin, aber auch Bourbon-Vanille-Aroma. Natürlich ist letztlich aber auch Aroma. Verdickungsmittel auch nochmal welche drin. Süßungsmittel nochmal stärke Laktase. 77 Kilokalorien, 1,8 Gramm Fett, Zucker 4,2, kommt hauptsächlich dann von der entrahmten Milch eben. Und ja, das ist das Ganze. 200 Gramm sind drin, also so wie man es eigentlich auch kennt. Bei der Sorte Schoko sieht das eigentlich ziemlich ähnlich aus. Da könnt ihr hier gerne pausieren. Das kennen wir soweit. Das sieht ziemlich identisch aus. Wir gucken jetzt hier einmal erstmal drauf. Und dann gucken wir gleich auf die Riegel. Das ist jetzt hier die Sorte mit Vanille. Ich habe mir hier so ein Schlüsselchen geholt. Da kann ich mir jetzt hier mal was raus machen. Ja, sieht recht gelb aus. Das sieht jetzt auch nicht so appetitlich aus, dieses... Ich finde manche Mousse... Welche war das neu? Also ich finde zum Beispiel die von Ermann. Also die hier geht eher so in die Richtung, wie ich es nicht mag. Wenn das so ein bisschen grobporig, irgendwie schwammig, nass aussieht. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie viel schlechter als bei anderen. Aber ich hatte neulich... Was war das jetzt? Das war die Protein-Mousse Maracuja. Die war irgendwie von der Konstanz so ein bisschen feiner. War nicht ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Aber ja, die Mousse sind eigentlich fast alle so wie diese jetzt hier. Hier noch die Sorte Schoko. Eigentlich kann ich auch beides in eine Schüssel machen, solange ich es gleich nicht vermische. Dann muss ich jetzt hier nicht doppelt spülen. Beziehungsweise habe ich mehr Platz in der Spülmaschine. Ich weiß, das interessiert jetzt keiner. Aber ich dachte, ich erwähne das mal. Ja, das sieht ja auch wieder so ein bisschen gröber aus. Ja, sehr dunkel. Also wohl auch recht viel Kakaopulver drin. Ich habe jetzt gerade gar nicht genau gelesen, ehrlich gesagt, wie viel. Vier Prozent. Das ist gar nicht so wenig. Also ja, okay. Wir probieren es gleich. Erstmal die schnöde Theorie und dann die Praxis. Wie gesagt, ein 30er, 2,50er. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe geguckt, ob es noch andere 30er gab. Ich habe jetzt nur die gesehen. Wenn ihr noch andere bei Aldi gesehen habt, dann könnt ihr mir das auch gerne mal schreiben. Ich habe jetzt nicht auf der Webseite geguckt. Da findet man es vielleicht auch. Was ich auch ein bisschen komisch fand. 45 Gramm, 45 Gramm. Aber die waren gleich teuer. Oft sind die Riegel mit mehr Eiweiß teurer. Ich bin jetzt auch gespannt, ob hier bei dem jetzt zum Beispiel Zucker drin ist. Tatsächlich nicht. Also ist es auch ein Lower-Carb-Riegel. Die Zutaten sind hier, also Lower-Sugar vor allem, sind hier Milcheiweiß. Dann haben wir Polydextrose, also Ballaststoff. Es wird gesüßt mit Sorbit, Maltit, Glyceride drin, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Sojaproteinisolat. Und was sehe ich nicht? Ich sehe kein Kollagen. Das ist ja schon mal sehr positiv. Was dann hier nämlich vielleicht wieder drin ist. Es ist übrigens 2% Erdnüsse drin. Und hier in der Sorte Vollmilchschokolade, Milcheiweiß, Kakaobutter, Kakaobutter, Malkenproteinisolat. Das sind zwei verschiedene. Kakaobutter und Molke. Das sind die beiden Fraktionen an Milcheiweiß. Ja, nee. Also ich sehe es nicht. Ich wundere mich. Ich lese es jetzt hier nochmal doppelt. Aber es ist tatsächlich hier drin. Vollmilchpulver gibt tatsächlich auch ein bisschen Eiweiß. Es ist dann aber eben eine Mischung von beiden Eiweißen. Und ja, das ist das. Kann abführend wirken. Nicht zu viel futtern. Sonst sitzt ihr auf dem Pott und habt die scheiße Rites. 304 Kilokalorien. Extrem wenig. Weil viel Ballaststoff. 16 Gramm, 30 Gramm Eiweiß. Also die Werte. Die sind ja schon mal gar nicht schlecht. 9,1 Gramm Fett. Da bin ich mal gespannt, wie der hier schmeckt. Gucken wir mal, wie es bei diesem hier ist. Das ist die Sorte White Chocolate Crisp. Hier ist vermute ich mal Kollagen mit drin. Kollagenhydrolisat. Da ist es. Aber auch hier als erste Zutat Milcheiweiß. Kollagen. Dann kommt auch wieder Glycerin. Sojaprotein ist noch drin. Wasser. Und hier wird auch mit Maltit gesüßt. Also ja, so grob gesagt geht es in eine ähnliche Richtung. Mit den Ballaststoffen haben wir hier tatsächlich... Ach, guck mal. Okay, das habe ich jetzt... Oh, da kann man so schlecht lesen. Ballaststoffe sind hier fast gar nicht drin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das doch grundsätzlich anders machen. Da sind kaum Ballaststoffe drin. Dadurch, der Kalorien bleibt ein bisschen höher. Ein bisschen weniger Fett. Aber dafür auch deutlich mehr Eiweiß. Aber wie gesagt, auch zu einem großen Teil von Kollagenhydrolisat. Und hier die Sorte ist jetzt Chocolate Caramel. Das sieht ähnlich aus. Da dürft ihr gerne pausieren. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal ausführlich drauf eingehen. Wie sehen sie aus? So ein komisches, weiches Plastik. Was sich irgendwie so ein bisschen anfühlt wie Papier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, ob es mir gefallen soll oder nicht. Raus hier! Shit, jetzt ist er da hinten hingeflogen. So, ich glaube, das Ding haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Mindestens seit es nicht mehr so oft Protein-Riegel-Reviews gibt. Das ist hier der Schoko-Karamell. Hat auch so ein bisschen Krisps innen drin. Haben wir jetzt hier den weißen. Auch mit so Krisp drin. Und sonst ist es eher unspektakulär. Jetzt hier nicht irgendeine Cream oder wer weiß was für dicke Krispys. Das haben wir hier nicht. Interessant, dass der hier auch so ein bisschen höher ist als der. Aber vielleicht ist das Zufall, dass es einfach produktionstechnisch nicht anders ging. Und hier haben wir jetzt eben den Peanutsch-Geschmack. Der ist ein bisschen weicher von der Konsistenz gefühlt. Und der sieht eigentlich auch ziemlich ähnlich aus. Also jetzt so von der Art farblich jetzt ein bisschen anders. War es aber sonst sehr ähnlich. So, schauen wir mal, was die Mousse kann. Riecht schon mal sehr vanillig, aber extrem penetrant künstlich vanillig. Ja, das ist so ein bisschen diese komische, irgendwie so schaumigere Konsistenz. Ja, also die finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Konsistenz ist komisch. Die Ehrmann-Leute bei der Maracuja, wie gesagt zumindest, die kriegen das deutlich besser hin. Das ist so ein bisschen grob, das ist so ein bisschen so, ich kann es nicht beschreiben. Ich finde die Konsistenz nicht so gut wie zum Beispiel bei dieser Maracuja. Ich hatte die Ehrmann-Vanillemousse schon länger nicht mehr, ob sie die irgendwie auch angepasst haben. Weil die war früher auch so wie das hier. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen gruselig, dieses schaumige. Ach so, vom Geräusch her, wenn man sich das mal so anhört, so hört man so. Das hört sich doch eigentlich total widerlich an. Also jetzt mal ehrlich, oder? So richtig ekelhaft. Das riecht extrem kakaoisch. Sehr intensiv kakaoisch. Lecker. Gefühlt hat er ein bisschen mehr Stabilität. Ja, irgendwie ist er so ein bisschen fester, kommt er mir vor. Sehr intensive Kakaonote. Ähm, ist zwar auch Aroma drin, aber eben, vielleicht ein bisschen Kakao-Aroma, aber ich finde es sehr intensiv kakaoisch. Es ist ja auch recht viel drin. Also den finde ich lecker, bis auf die Konsistenz. Aber bei dem hier finde ich die Konsistenz auch irgendwie noch schlimmer. Und der ist halt irgendwie auch so, weiß ich nicht, so anders. Also nicht anders, ist nicht großartig anders, aber ist irgendwie nicht so geil. Den hier finde ich hingegen ganz gut. Aber wie ihr auch wisst, normalerweise braucht man solche Produkte auch nicht. So, jetzt kommen wir mal zu dem Erdnuss. Riegel. Was weiß ich, war das jetzt der Erdnuss? Fuck, welcher war denn jetzt welcher? Das hier ist, nee, das hier ist, nee. Hä? Doch, also laut Packung müsste das hier der Peanut sein. Ja, der riecht auch nach Peanut. All die Sports. Okay, also er riecht tatsächlich ein bisschen nach Erdnuss, aber er schmeckt nicht sehr nach Erdnuss. Was sehr interessant ist, muss ich sagen, vielleicht liegt auch ein bisschen, dass ich vorher diese künstlichen Dinge da gegessen habe. Er ist gar nicht so süß. Äh, fuck. Ich habe Proteinmus hier auf den Stuhl gesaut. Oh nein, das muss ich ja erst mal wischen. Jetzt habe ich hier überall Proteinmus am Arm. Boah, dann wachsen vielleicht die Muckis schneller. Oh nee, wo kommt die Scheiße denn her? Klebe ich noch irgendwo? Nee. Okay, sorry. Also recht weich von der Konsistenz. Außen die Schokolade. Aber ich vermisse ehrlich gesagt die Erdnussnote. Die ist kaum gegeben. Ich finde die ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Hm. Das verstehe ich nicht so ganz. So, jetzt kommen wir zu dem, zu dem anderen, den Chocolate Caramel. Der überhaupt nicht nach Karamell riecht oder so. Und jetzt 50% Proteinat. Hm. Man merkt, dass die Konsistenz ein bisschen anders ist. Ist das doof oder was? Irgendwie schmecken die beide so laschi irgendwie. Hm. Die sind auch so krispisch drin, die aber eher so pappig zäh sind. Nee, leider gar nicht geil. Also schmeckt mir nicht. Auch der erste schmeckt mir nicht. Das ist keine Katastrophe. Und für 95 Cent kann man es mal mitnehmen. Ist jetzt nicht so teuer wie andere Markenregeln, die bei 50, 60 Gramm dann gleich 2,50 kosten. Deswegen ja, nehmt es gerne mal mit. Aber ich finde, was ich gut finde, ist, dass sie nicht ganz so süß sind. Das ist immer so ein bisschen als Abwechslung. Manche für diese Bäm Süße ins Gesicht. Aber auch von den Aromen her einfach lasch irgendwie. Bei dem White Chocolate kommt gefühlt diese weiße Schokoladenote noch am besten durch. Aber insgesamt auch ein bisschen muffig. Die sind alle ein bisschen muffig. Nee, also leider nicht so geil. Also von einem Produkten, die ich jetzt hier vorgestellt habe, das ist das Einzige, wo ich sage, hey, das schmeckt mir gut. Ähm, nee, also ich bin ein bisschen enttäuscht, gerade von den Riegeln. Ich habe echt Bock drauf gehabt, weil die auch gesagt haben, testet doch mal auch nicht so geil, neue Riegel, finde ich schön. Aber Geschmack ist nicht die scheiße. Was soll ich machen? Also ich finde sie nicht gut. Aber, wie ihr wisst, probiert sie selber aus und lasst auch gerne ein Abo da. Übrigens, ich mache zwar stärker ein bisschen Werbung dafür, ich streame jetzt öfter mal auf Twitch. Videospiele allerdings. Ihr könnt natürlich auch vorbeikommen und kann nicht auch mal über Foodblog quatschen. Aber hauptsächlich ist es eben halt zum Zocken. Der Link ist in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr mich dort abonniert und mir dort folgt. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur in eigener Sache noch sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und schau.